Wir haben zuerst Per Mertesacker. Zehn. Fabregas. Vier. Mesut Özil. Fünf. Ja, doch. Schon hinter Fabregas für mich. Jens Lehmann. Neun. Hat mal rote Karte bekommen. Irgendwie zweite Minute im Finale. Terriori, Bro. Eins. Ashley Cole war schon auch sehr, sehr stabil. Deswegen packe ich ihn mal auf die sieben. Santi Casola. Acht. Dennis Bergkamp. Drei. Ich glaube, ich bin gut, oder? Nasseri. Nasseri sechs. Wer ist die zwei? Tomasz Rosicki. Ist okay. Okay. Ist okay.